Jetzt seid ihr dran, ja? André, ja. Ist es dann endlich soweit? Endlich. Auch der Papst ist endlich bei der 60 angenommen. Nur 105 Tage. Dazu haben wir natürlich erstmal einen großen Umflag. An die Geburtstagskinder, Loschi und Heinrich zum 120. Immer. Schöne Menschenalter. Den durft ihr als erstes öffnen. Das mache ich jetzt, oder? Ja. Einer muss es ja öffnen. Einer muss rein, ne? Oh, was ist da drin? Du guckst da mal drauf. Oh, hier steht 60-jährige Frage muss man wohl erlauben. So richtig kann es keiner glauben. Stimmt diese Zahl? Kann es denn sein? Wenn man euch sieht, dann meint man, nein. Ihr habt euch wirklich toll gehalten und zählt noch lange nicht zu den Alten. Oh, das habt ihr aber schön gemacht. Das ist doch nett. Schön. Ja. Und dazu gehört natürlich unser schönes Geschenk. Das ist dieses hier. Von allen, die da drauf zu sehen sind. Deswegen haben wir dieses schöne. Das überreichen wir euch jetzt nochmal so feierlich. So ist die schwer. Ne, ich krieg da eine Morgensa aus. Okay. Mir ist nicht kalt. Ich hab wirklich viel hinter. Du kannst von mir kriegen. Die Strippe kannst du behalten. Du hältst mal die Strippe. Die sieht doch gut aus. Schön bunt. So, wir werden mal sehen, was hier für eine Überraschung drin ist. Das sieht ja sehr nicht gewichtig aus. So war das. Muss ja nicht schwer sein, ne? Muss ja nicht schwer sein. Sieht ja nicht gewichtig aus. Das ist aber manchmal fast schönere Geschenke. Das ist ja schön. Feuer. Ui. Machen wir noch Feuer. Statt den Kindern. Den Kindern sagen wir, die machen uns Feuer. Und dann machen wir es selber. Ja. Ach, das ist ja schön. Awww. Das sieht schön aus. Awww. Das sieht schön aus. Das sind wir ja mit schön drauf. Das sind wir. Loschi und Heinrich. Das hat nicht in den Himmel geschrieben. Oho. Schön. Zitrami Jumea. Zitrami Jumea. Zitrami Jumea. Zitrami Jumea. Zitrami Jumea. Also hier steht Wert Guftschein. Wellness Hotel in Hohenstein, Sächsische Schweiz. Im siebten Himmel. Zwei Übernachtungen. Oh. Wellnessleistung. Zwei Übernachtungen. Im gemütlichen Doppelzimmer. Reichhaltiges Frühstück vom Buffet. Gerne auch auf dem Zimmer serviert. Eine Flasche Sekt und Pralinen zur Begrüßung im Zimmer. Einmal köstliches Viergängemenü am ersten Abend. Einmal Bad der Sinne. Romantisches Bad-Erlebnis zu zweit mit Essenzen aus Kirschblüten, Feierchen und Lotus inklusive Erfrischenden Vitamindrinks. Einmal Hanakasumi. Eine Körperbehandlung. Das ist schön, ne? Eine Körperbehandlung inspiriert durch die japanischen Traditionen der Hautpflege mit Ganzkörperpeeling und Ganzkörpermarschatten. Ja, das war aber hier. Fein. Nutzung von Sauna und Dampfbad. Und jetzt darfst du den Chattel mal noch weggehen, da steht da auch noch mal extra was drauf. Gutschein für Loschi und Heinrich von Tini. Danke liebe Tini. Und Familie von Rito. Dankeschön. Meine Gute. Ja. Und Uwe. Und Eure René. Dankeschön. Mit Familie. Und Eure Nicole mit Familie. Dankeschön. 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 Hier ist ja alles. Guck mal. Wir haben immer zu getrunken. Guck mal.